Walk away, walk away, walk away, walk away, walk away. Mein Name ist Roland Schneider, ich bin 33 Jahre alt und leite das Live-Sport seit 2006. Ich bin Inhaber und darf dieses wundervolle Studio hier führen. 80% unserer Mitglieder nehmen nachweislich an Gruppenfitnesskursen teil. Und wir führen zu 95% Gruppenfitnessstunden nur von Les Mills durch. Also ist der 80%ige Erfolg des Studios durch Les Mills bestimmt. Les Mills Kurse machen süchtig, weil es einfach simpel und einfach ist. Jeder weiß, was ihn erwartet, denn jeder Klaas, jeder weiß, was er zu tun hat, jeder Erfolg ist messbar. Man fängt auf einem relativ niedrigen Stand an und entwickelt sich immer weiter. Wir haben eine tolle Branche, wir verkaufen die Fitnesspille und es geht am einfachsten mit Les Mills Gruppenfitnessclass. Gar keine Frage, größte Teilnehmerzahl, auf jeden Fall basic ist immer Bodypump. Wir bieten mittwochs morgens um 6.15 Uhr eine Bodypump-Class an, die ist voll. Die Leute kommen morgens, die Haare noch auf Schlafposition, stylen sich nach dem Kurs erst, das macht den frühen Kurs auch aus. Der ist sehr, sehr gut besucht. Wir bieten Bodypump als häufigste Klasse in unserem Gruppenfitnessprogramm an. Das Tolle an den Gruppenfitnesskursen ist, dass die Leute sich super wohlfühlen, dadurch neue Leute kennenlernen, soziale Kontakte pflegen. Dadurch werden Neukunden generiert und die Erfahrung ist einfach definitiv, wer im Gruppenfitnesskurs dabei ist, der kündigt nicht. Also jeder, der nicht mindestens Bodypump und noch zwei, drei andere Programme mitarbeitet, verschenkt Geld. Les Mills bedeutet für mich mein Leben. Ich darf hier mein Studio führen. Das ist für mich Les Mills. Live Sports ist für mich auch gleich Les Mills. Die Philosophie und alles, was dazu gehört. Das ist für mich. Untertitelung des ZDF, 2020